Willkommen in Medellin, der Stadt des ewigen Frühlings. Ich bin Leonardo und zeige euch heute die schönsten Plätze der zweitgrössten Stadt Kolumbiens. Und weil ich gerne Motorrad fahre, sind wir heute auf zwei Rädern unterwegs. Manchmal ist das Durchkommen in der Stadt schwierig. Mit dem Motorrad kommt man am besten schneller ans Ziel. Jetzt sind wir mitten in der Stadt auf dem Plaza Botero. Hier könnt ihr euch diese Skulpturen anschauen, die der Künstler Fernando Botero erschaffen hat. Er wurde in Medellin geboren. Neben diesen Kunstfiguren gibt es viele andere einzigartige Dinge in Medellin, zum Beispiel die Metro, die hier oben langfährt. Es ist die einzige Metro in Kolumbien. Jetzt sind wir im 13. Bezirk im Westen von Medellin. In den 80er Jahren war es hier ziemlich gefährlich. Zum Glück ist das heute anders. Jetzt findet ihr hier nette Leute, Street Art und es gibt sogar eine Rolltreppe für die Bewohner. Zur Metro von Medellin gehört auch die Seilbahn. Sie hat drei Linien und dafür lasse ich jetzt mal mein Motorrad stehen. Hier ist die Motorrad. Hier ist die Motorrad. Hier ist die Motorrad. Neben einem perfekten Klima und viel Kunst und Kultur gibt es in Medellin auch ein tolles Nachtleben. Zum Beispiel im Viertel El Poblado. Hier gibt es viele Bars und Diskotheken. Ob in der Woche oder am Wochenende, hier ist immer etwas los. Ich lasse den Tag jetzt ausklingen und hoffe, dass euch meine Stadt gefallen hat. Medellin bietet wirklich für jeden etwas. Kommt mal vorbei. Bis bald.